ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, Äffchen, weißt du, was hier los ist? Sag mal, Äffchen, das bist ja du. Du ärgerst hier immer die anderen Tiere. Oh, guten Tag, Fuchs. Der Affe treibt hier so viel Unsinn. Was kann man da bloß machen? Was, du willst den Affen mit Haut und Haar fressen? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Hm, was macht man bloß mit so einem verrückten Äffchen? So, jetzt ist das Äffchen gefangen und kann keinen Unsinn mehr treiben. Dafür ist es jetzt ganz traurig. Das Ald macht man bloß. Ja, deine Freunde haben dir geholfen, auch wenn du noch so ein freches Äppchen bist. Ja, wir haben es geschafft, keiner ist allein, hier auf meiner Schmuseldecke geht's uns allen fein. Bis zum nächsten Mal.